Es geht weiter mit dem Oliven-Steckmuster. Wir werden jetzt dieses Muster stecken. Machen wir mal eine Nahaufnahme. Wir fangen an hier unten am Stiel und arbeiten so weiter. Wir haben ja vorbereitet, dieses Stück Stoff mit dem Karro Stoff drauf, damit man besser sticken kann. Ich habe hier vier Farben zur Auswahl. Zwei Lila Töne und zwei Grünen Töne. Ich fange an mit dem grünen, dunklen Ton. Und zwar hier unten mit dem Stiel. Wir haben hier zwei Kästchen grün. Ich mache noch mal eine Nahaufnahme. Wir fangen hier mit diesen beiden Kästchen anzustecken. Wie ihr seht, haben wir hier so kleine Karros auf dem Stück Stoff. Wir gehen hier durch diese Mitte. setzen hier oben an und gehen von der anderen Spitze zum nächsten Karro. haben hier dann ein halbes Kreuzstück und machen hier daneben noch eins. und daraus machen wir jetzt zwei Kreuze. Stechen hier unten ein kommen hier oben wieder raus haben dann einen Kreuzstich und ein zweites dann geht es hier oben weiter also setzen wir die Nadel wieder von unten nach oben an machen da unser Kreuz mit die beiden und setzen noch mal eins muss mal eben näher gucken so eins und noch eins das sind zwei dann machen wir da zwei Kreuze draus eins und zwei und setzen von oben von unten nach oben wieder an die Seite also haben wir hier zwei eins zwei eins zwei und dann nochmal eins zwei setzen wir hier nochmal ein Kreuz dran und haben dann unser Stiel soweit fertig den Faden lasse ich dann hinten noch lose dran den kann ich dann hier oben nochmal gebrauchen hier haben wir jetzt unser Stiel wir sticken dann weiter mit dem helleren Lila Ton weiter fädeln den Lila Faden ein so Knoten nicht vergessen so nun machen wir hier ein zwei drei vier mit diesen hellen Lila Tönen weiter und fangen an zu zählen eins zwei also setzen wir jetzt hier eins an und da eins an auf dem Grün auf dem Grün eins und dann gleich daneben noch eins zwei haben wir hier zwei Chaos dann müssen wir einen überspringen und machen nochmal zwei daneben haben wir jetzt so wir zählen eins ein zweites haben wir jetzt einen übersprung hier noch ein Kreuzstich so nun geht's weiter mit der zweiten Lila Reihe da können wir wieder hier oben ansetzen und drehen jetzt unser Stück so rum und wir nehmen unser Bild so und können jetzt zählen eins zwei drei vier fünf sechs sieben sieben Kästchen machen wir jetzt also sieben Kreuze ich muss das mal eben wieder ganz nah an mich nehmen so jetzt machen wir unsere sieben Kreuze eins zwei drei vier vier fünf 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 sechs sechs sieben und im dritten video zeige ich euch wie es weitergeht